Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena, Bridge of Spirits. Beim letzten Mal haben wir den Jäger besiegt. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der dritte Fight ist. Der Pfad des Kriegers. Wer ist denn der Krieger? Weil die anderen beiden waren ja auch bekannte Personen. Nein, nein, nein. Fuck, fuck. Das war wieder nicht richtig. Okay, es ist wieder irgendein Reihenfolgeding, was ich schon wieder nicht gecheckt habe. Oh, die Sterne. Ich hoffe, mit den Aufnahmen ist alles in Ordnung. Wenn ich jetzt das alles nochmal machen muss, weine ich, ey, dann weine ich einfach nur. Okay, okay. Wollen wir es nicht hier raufbeschweren? Nein, nein. Ich kriege das mit der Bombe auch immer nicht hin, ne? So. Einmal hier rüber. So. 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 Okay. Muss ich das erst anhauen? Ah, okay. Das ist schon ganz cool, ne? So, und jetzt darüber. Oh, hi. Ja, dann kommt mal her. Und da ist schon wieder so ein Loot. So, holen wir dich gleich auch. Au. Ähm, hallo, ich möchte einfach hier meinen Schlag exibieren. Danke. Und nochmal. Fuck. Die gehen halt. Also, die Dudes gehen. Die sind nicht so schnell. Die machen nicht so unfaire Sachen. Hm. Das mal. Äh, wo muss das jetzt... Irgendwie da hoch, ne? Bring das mal da hin, Jung. Okay. Warte mal. Mensch. Okay. Ähm. Immer wieder so Dinger. Oh. Macht das irgendwas? Ja. Ich sehe von da aus, welche das sind. Das ist eins. Das ist drei. Und das ist vier. Das ist vier. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Vier. Das war falsch. Willst du mich verarschen? Ich hab mich schon wieder verguckt. Kann doch nicht wahr sein. Zwei. Okay. Gucken wir uns das nochmal kurz an. So. Hä? Das habe ich doch gemacht. Vier ist drei. Vier ist eins. Ja gut, die vier ist da oben. Welche? Oder ist die da vier? Okay, ich hab das anscheinend falsch interpretiert. Zack. Ähm. Hoch vermutlich. So. Ähm. Was kann ich hier jetzt mal aus dem Kett bauen? Kann ich da nichts tun? Das sieht so verdächtig aus, diese Plattform hier. Äh, mal gucken. Geh mal hier runter. Ähm. Viel, das ist fies. Ähm. Muss aber nicht einfach da rüber dashen, ne? Oh, warte mal. Oh, warte mal. Warte mal, warte. Kann ich das denn von hier aus treffen? Kann ich. Aha. Okay. So. Und dash. Und dash. Ähm. Warte, das ist... Okay. Oh Gott. Ich bin manchmal echt ein bisschen verwirrt, wenn ich irgendwo hin teleportiert werde. Zack. Und zack. Und zack. Warte. Oh Mann. Der Krieger. Wer ist der Krieger? Oh, jetzt müssen wir hier gongen. Ich kenne so eine Glocke nur aus, ähm... Aus Sekiro. Und wenn man die gongt, dann schaltet man den Heart Mode ein. Ich weiß nicht, ob ich die hier gongen möchte. Na dann, Jungs. Okay. Ich habe hier aber nicht viel Heilung. Kann das sein? Eins. Zwei. Zwei Heilungen, glaube ich. Vielleicht kann ich mich hier hinter diesen Säulen wieder verstecken. Okay. Die Maske sieht schon ein bisschen creepy aus. Ich habe die Erinnerung nicht, ne? Ach, der hat so... Wie heißt das? Naginata? Ich habe die Erinnerung aber nicht. Hatte ich sonst doch immer vorher... Aber gegen so einen habe ich schon mal, glaube ich, gekämpft, oder? In der Herausforderung? Okay. Hi, Kumpel. Ja. Okay, aber ich habe die Erinnerung nicht. Dann muss ich ja nochmal gucken. Der wird, glaube ich, irgendwie vergessen werden. Der wird doch bisher immer vorher gefunden. Au. Au. Okay. Chill, Junge. Chill einfach. Esch. Ist das ja gerade kaputt gegangen. Ich sollte hier mal mehr mit meinen Sachen arbeiten. Hier auch mit der Bombe. Damit er mehr Schaden kriegt. Oh, ne. Das war dumm. Ähm. Einmal heilen, Jungs. Oh, ne. Lass mal durch den durchdashen. Hier möchte ich meinen Bomben aus. Der Dash ist ganz nice, um an die Gegner ranzukommen. Den hier. Den hier. Zack. Oh. Oh. Oh, ne. Nein. Mach, 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 mach. Oh Gott. Das hat nicht gereicht. Mach nochmal. Okay, das war's. Okay, der wird, glaube ich, der einfachste. Aber wer ist denn das jetzt? Muss nochmal, muss nochmal gucken. Wo hab ich denn das verpasst? Was ist lieber? Okay. Relektes Relekt. Dorfwappen. Leben. Okay, wo hab ich... Bei Toshi. Ich hab sowohl... Moment, ich hab bei Adira auch was, ne? Und bei Toshi fehlt mir das auch. Ich hab bei der Adira doch eine vergessen. Okay, die will ich aber noch suchen. Aber wo hab ich die jetzt vergessen? Ähm... Ich würde da ganz gerne nochmal von Anfang an durchrennen. Und bei Adira dann auch nochmal gucken. Bevor ich jetzt Toshi befreie. Ich weiß ja doch nicht, ob dann das Spielende ist. Weil ich hätte ganz gerne auch noch die Rod. Okay, ich würde sagen, mach hier jetzt mal einen Cut und renn nochmal hier komplett durch. Und starte die Aufnahme dann wieder, wenn ich es gefunden habe. Und dann geht's ja doch nicht. Okay. Und dann geht's ja doch nicht. Oh, okay. Okay. Und dann geht's ja doch nicht. 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 Okay, Leute. Ich glaube, ich habe es gefunden. Hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Wurde es gucken. Ich bin ewig lang da unten in dem See rumgeschwommen. Okay, dann ist es ja auch so superschnell beim Schwimmen. Und ich habe halt einfach keinen Weg mehr gefunden, weil diese ganzen Tore aus sind. Und ja, bis ich dann hier hochgeklettert bin. Aber hier waren wir noch nicht. Vielleicht kann man das erst im Bosskampf machen. Ja, keine Ahnung. Ein neuer Hut. Oh, ist das ein Samurai-Hut? Die Witze auf. Komm rein. Okay, haben wir noch ein bisschen Post. So, und hier müsste dann ja... Da ist. Bleib hier, flieg nicht so weit weg. Okay, der Krieger ist schon mal kein bekannter Charakter. Sonst hätte man den in der Erinnerung vermutlich gesehen. So, wo komme ich hier hin? Ähm... War ich hier schon mal? War ich hier schon mal? Ich denke schon, oder? Ähm... Ich gehe einmal ganz kurz gucken. Ah, doch, hier waren wir noch der verdächtige Stein. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal Adiras Erinnerung suchen. Und dann sehen wir uns hier gleich wieder. Oder wir gehen noch nicht zu Adira, weil hier vorne ist nämlich direkt die Geisterpost, die ich abgeben kann. Guck mal, oder? Oder das zuerst? Ah, was haben wir denn hier? Ähm... Ja, das ist noch zu. Kann ich da hoch? Okay. Piste. Haben wir aber noch nicht. Ah ja, okay. Okay, dann... Also, ich gehe jetzt mal wieder. Ein Häschenhut. Und ein Rot. Dann fehlen uns noch 20. Komm, da kommst du. Klunk. Ich glaube, ich habe hier alles. Dann fange ich jetzt zu Adira. Und wir sehen uns gleich wieder. Oh mein Gott. Ich habe es gefunden, Leute. Und ich habe gar nicht auf die Uhr geholt. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt durch dieses blöde Dorf gelaufen bin, weil ich absolut nicht mehr wusste, wo das sein könnte. Ja, hier kann ich interagieren. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. glaube nicht haben ja gut dann haben wir jetzt doch alle hier bei taro 3 bei dir und 3 bei tosche ok dann will ich mal sagen ich gucke jetzt mal ganz kurz wo taos boss fight war und guckt dann ob ich da meditiert habe und ja dann sehen wir uns gleich wieder mal gucken ich habe hier scheinbar echt nicht meditiert am anfang ja ich hätte die ganze zeit mehr leben haben können ok dann gehen wir jetzt wieder zurück ins dorf dann gucken wir noch mal bei den hut tut es vorbei ok das war laut ok jäger immer noch so krass wieder dann würde ich sagen ich weiß es gar nicht wie lang die folge geworden ist eventuell ist es eine sehr kurze folge ich habe jetzt so oft gecuttert aber ich möchte jetzt eigentlich nicht die herausforderung jetzt noch beginnen machen wir in der nächsten folge ich danke vielmals fürs zuschauen und wir sehen uns morgen